Hallo und willkommen zum vierten Video in der Videoserie zur Zufallsvariable. Heute geht es um Glücksräder. Du solltest bereits wissen, was eine Zufallsvariable ist und wie du an einen Erwartungswert berechnen kannst. Wir schauen uns heute zwei mögliche Beispiele für Glücksräder an. Im Casino mit dem Titel Glücksrad heißt es, in einem Casino gibt es beim dargestellten Glücksrad drei mögliche Ergebnisse. Die Wahrscheinlichkeiten für die drei Elementarereignisse sind Rot, Blau und Grün. Und die sollst du jetzt bestimmen. Pausiere dazu das Video, notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Die Wahrscheinlichkeit für Rot beträgt 4 Achtel oder quasi einen halben Kreis 50%. Für Blau, wenn du die Punkte abzählst, siehst du es sind drei Achtel und für Grün ein Achtel. Abhängig vom Ergebnis zahlt das Casino den rechts angegebenen Betrag aus. Die Zufallsvariable x gibt die Auszahlung abhängig vom gedrehten Ergebnis an. Die möglichen Werte der Zufallsvariable sind für x1 1 Euro, für x2 2 Euro und für x3 10 Euro. Einfach in der Grafik ablesen. Die erwartete Auszahlung pro Drehung beträgt 1 mal 50%, also ein halbes, plus 2 mal die 3 Achtel, plus 10 mal 1 Achtel. Das heißt, wenn man sich das ausrechnet, kommen wir auf 2,5 Euro. Den Erwartungswert können wir im Sachzusammenhang folgendermaßen interpretieren. Bei sehr vielen Versuchen oder Wiederholungen ist die durchschnittliche Auszahlung von 2,5 Euro pro Drehung zu erwarten. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass jedes Mal genau dieser Wert rauskommt, sondern durchschnittlich bei genügend großen Wiederholungen ist dieser Wert zu erwarten. Im zweiten Beispiel geht es um Roulette. Beim Roulette gibt es 37 nummerierte Felder mit den Zahlen von 0 bis 36. Davon sind 18 Felder rot, 18 Felder schwarz und nicht vergessen, ein Feld ist grün, die 0. Das Casino bietet folgendes Spiel an. Man setzt einen Einsatz auf rot oder auf schwarz. Wenn die Kugel mit einem Feld der getippten Farbe landet, erhält man das Doppelte des Einsatzes zurück. Andernfalls verliert man den Einsatz. Armin setzt 37 Euro auf rot. Die Zufallsvariable x gibt seinen Gewinn nach Abzug des Einsatzes an. Erstens trage die möglichen Werte von x und ihre Wahrscheinlichkeiten in die Tabelle an. Pausiere dazu bitte kurz das Video, notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Gut, ich habe in der Zwischenzeit unsere Tabelle ergänzt. Das heißt, 37 Euro, das ist die Chance, die wir gewinnen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir geben uns neben 18 günstige Felder, auf der unsere Kugel landen kann, von 37 möglichen Feldern. Wir verlieren allerdings 37 Euro, deswegen minus 37, wenn unsere Kugel auf 19 übrigen Felder landet, also 19 durch 37. Unser Erwartungswert ist entsprechend 37 mal unsere günstige Wahrscheinlichkeit plus unser Verlust mal die 19 37. Das entspricht minus einem Euro. Den Erwartungswert können wir hier wieder im Sachzusammenhang folgendermaßen interpretieren. Wenn Armin sehr oft 37 Euro auf rot setzt, dann hat er damit einen durchschnittlichen Verlust von einem Euro pro Spiel zu erwarten.